So, Ketchup. So. Darf ich euch vorstellen, wir machen jetzt einen Hyma, einen hervorragenden Rassenbrecht für das Frühjahr. Dazu kommt noch ein wahnsinnig, super schönes Martini-Aperitif, das aus dem Hause Eich natürlich auch Senses. Nun beginnen wir mit dem Drink. Wir machen eine Abwandlung von einem Kimplet, ein bisschen frisch gepressten Zitronensaft, Limejuice, wunderbar. Ganz das Frühjahr, jetzt keine normalen, wir benutzen den Saffron-Chin. Voila, da kann man natürlich noch ein kleines Ofteil eingießen. Bitte sehr. Sollten wir nicht sparen. Rühre das Ganze kräftig, wenn es schön kalt ist. Da kriege ich ja schon selber einen Zugschauen durch. Schauen Sie sich an, das flüssige Gold in dieses unglaublich schöne Glas. Und jetzt natürlich nur alte, frisches Basilikum ist, wo wir kräftig schütteln. Einfach zu machen. Da drauf, wunderbar. Dann tun wir noch eine kleine Basilikum-Deko drauf. Fertig ist der Neugreti. Drink von meinen Kollegen Jumar Mare Roter 2014. Sehr zum Wohl. Tschüss! Vielen Dank.